Im September steht Göppingen drei Tage lang ganz im Zeichen der Eisenbahn. Mit den 10. Märklin-Tagen und der 32. Internationalen Modellbauausstellung treffen vom 18. bis 20. September direkt zwei Mega-Events aufeinander. Auf über 49.000 Quadratmeter erwartet die Besucher ein buntes Messeprogramm mit über 120 Ausstellern am Stauferpark. Aber auch die große Lokparade am Bahnhof, sowie die Ausstellung im Märklin-Museum, in der EWS-Arena und in der Leonard-Weiß-Gleisbauhalle zeigt faszinierende Einblicke in die Welt der Eisenbahn. Verbunden werden alle Stationen mit dem kostenlosen Shuttlebus.